hallo wir wissen immer noch nicht wer dran ist wir haben ja gesagt reise nach jerusalem los geht's wie setze ich mich denn hin was muss ich drücken vielleicht ist das dann erst spontan okay wir laufen alleine ich glaube das wird spontan entschieden welche taste okay ich merke wird dass ich bin da nicht so schnell was mich jetzt alle in dem spiel die melodie hier können wir was anderes machen natürlich absichtlich kommt hier nur das geräusch dann oder was so ist immer wieder hier okay ich würde sagen lass uns mal das orchester suchen oder da 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 wow das ist ja wie auf dem olymp habe ich schön diese ist so beautiful oh wow yeah look at all this stuff oh more instruments nice let's try them out all this stuff brings back some good memories i bet hey is that your old piano yeah see if it's still in tune oh 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 no oh 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 Halt doch mal zu, was ich hier versuche. Warte. Warte. Ach, vergiss es. Du hast es erkannt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Cool. Oh. Sind wir hier runter? Stimmt, oder? Ja, hier ist eine Trommel, die hält uns. Oh, warte, ich bin hier. Ich glaube, du musst dein Haar machen, wenn ich auf dem Loch stehe. Oh mein Gott. Das ist es, du kannst jetzt crossen. Du bist willkommen. Excellent. Nein. Falls du fragst, warum, weil es kann. Warum singst du? Weil es kann. Oh. Die hustet uns weg, oder? Ja. Dein Schild. Schild. Warte. Ich habe das. Folle mich. Geh die Weg. Du stehst vorne. Verdammt. Entschuldigung, die kleine Maymacht abgeholt werden. Warte. Ich weiß halt nicht, wie groß dein, äh, Susi, mein Schutzradius ist. Doch nicht. Mensch. Was du wieder denkst. Wenn du den größten Kopf hast, weiß ich. So. Wie sie einfach sprengt, ohne mir Bescheid zu sagen. Ich glaube, du hast einen relativ großen Hitbox, oder? Ich glaube, wir sind gar nicht mehr im, okay, wir sind nicht mehr im Radius. Okay, das ist gerade ein bisschen gruselig, hier 10.000 verschiedene. Oh, du musst harmen. Oh, du musst links nochmal. Oh, gut. Kannst du jetzt fest? Ja. Tschüss. Wir wollten ja demonstrieren, wie man hier überall sterben kann im Spiel. Das haben wir lange nicht gemacht. Ich wollte es nur mal aufzeigen. Okay. Simon? Was? Einfach mal eine Orgel. Holy moly. Ja, aber wo ist die Orgel? Hallo? Wer sonst? Sie müssen nach Hause nach Hause gehen. Lass uns das ganze Ding kanceln. Nein, 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 Mei. Du musst die Orgel an deinen Konzern bringen. Aber sie wurden getrennt. Schau, da vorne, schau, schau, schau. Getrennt durch die Devils. Devils? In Heaven? Oh, ja, das macht total Sinn. Genau. Genau. Aber jetzt musst du gehen und die Orgel. Gehen? Wie? Wir können nicht auf Clouds gehen. Jetpacks? Cool. Müssen wir die Töne einsammeln? Hey, Cody! Siehst du diese flotten Noten? Ja, wir müssen die Noten einsammeln. Ja? Ja, wir müssen die Noten einsammeln. Die Schweine! Hast du die Schweine hier gesehen? Ja, ja, ich hab die Schweine gesehen. Das ist, äh... eine hier ist voll. Ich bin schon beim anderen. Glaube ich. Ja, guck mal, da unten ist ein Volleyballfeld oder so. Okay, das ist jetzt auch voll. Eins fehlt, oder? Mit zwei Tore waren es, oder? Ja, stimmt. Guck mal, hier unten. Wer ist zuerst? Oh! Warte mal, was ist das hier? Feine Seite. Hey Cody! Over here! Warte wieder. Nichts! Hä? Wow. Das ist halt gar nicht mal so... Hä? Das ist halt echt nicht leicht. Äh, X ist Schmettern, aber wenn ich X mache... Ich war so... Tiefenwahrnehmung, da haben wir es wieder. Ja, klar. Hä? Wenn ich X drücke... Ja, dann springe ich auch bloß zur Seite. Ich weiß auch nicht, wie das geht. Hä? Das ist Schiebung. Das ist komisch, das Volleyball. Der Ball muss halt quasi auf dir drauf sein, wenn du X drückst. Das ist... Da kommt noch ein zweiter! Ja! Boring! Ja, das war's. Das ist doof. Ja, weil du halt automatisch zur Seite springst. Okay. Äh, ich würde sagen, erst hier links. Warte mal, ich will mir das hier nochmal kurz angucken. Was ist das hier? Oh! Was ist das? Was ist das? Oh, es gab eine Errungenschaft! Oh, das ist ja... Äh! 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 Es gab eine Errungenschaft! Oh, das ist ja... Äh! Äh! Dann bleiben wir jetzt auf der Seite, oder? Wenn wir einmal hier sind. So dahin. Ja... Ja! Junge! Klar! Aber neικά wird dann doch linear werden! Doch, aber wir machen es schon mit dem. Ja dann werden wir das! Ja, das 여기서! Wow! Da war die Orchlands? Errung, ninigles! Okay, wir müssen die beiden Viecher auf jeden Fall. Hä? Ich muss die hauen. Wie denn? Ah, die müssen weinen, damit die uns sagen, wo die Viecher sind, oder? Na, du musst unten gucken. Da, wo es aufgedeckt wird, sind sie halt. Ich bin mit Schießen beschäftigt, ich weiß nicht. Ich kann die Wolken auch anschießen, also... Kannst du drunter? Nee, du kannst das wohnen. Hä? Was ist denn hier so? Hier ist wie so ein... Kannst du die... Ah, du kannst die Wolken bewegen, indem du sie ansingst, oder? Mhm. Guck mal, hier unter mir ist nämlich sowas wie... so ein Teller. Und dann decken die mehr auf. Wenn du die bewegen. Ah, warte mal, hier ist was. Guck mal. Ja, hier ist ein Teller, habe ich ja eben schon... Ach so, hab ich nicht mitbekommen. Und jetzt... Wo ist denn der eine jetzt hin? Den einen habe ich abgeschossen. Ja, dann... Kannst du nicht drei Teufel? Aber der ist wieder weg hier. Warte, da ist bestimmt noch auf der anderen Seite so ein Ding. Da, gerade. Jetzt muss sie... Hier ist ein Schlüssel, aber was... Kann der nicht nehmen oder was? Guck mal. Ah, ich hab den jetzt bei mir. Ach so, da musst du den ins Schloss bringen, glaube ich. Aber wo ist denn der andere Schlüssel dann? Wir haben doch die da drüben auch schon alle gemacht. Hä, wo muss ich hin? Ach ja, ich bin auch doof. So, kannst du die nochmal zum Heulen bringen? Dass wir hier nochmal gucken, wo der Schlüssel ist, der andere? Der muss ja irgendwo sein. Nein, nein... So, jetzt... Er darfst du nicht, dass der hier oben ist? Der muss ja irgendwo sein Hä, ich bin hier Cut Kannst du die nochmal über den Teller hier schubsen? Ich weiß, dass ich den einen hier hinten irgendwo... Der ist hier hinten abgestürzt Irgendwo Warte, dann sollten wir die Wolken vielleicht nochmal nach da hinten schieben Und dann da hinten nochmal aufdecken Aber halt auch blöd, dass der dir nicht angezeigt wird, der Schlüssel Ich habe gerade was gesehen, oder? Nee Tja Nein Ist das jetzt verbagend? Glaube ich nicht Der Schlüssel muss doch irgendwo sein Machen einfach alles weg, was hier an Wolken so ist Ich habe halt noch dazu wieder dieses extreme Flackern am Boden Ich weiß nicht, wo hier der Schlüssel sein soll Die zwei Viecher sind beide hier am Rand abgestürzt irgendwo Frag mich aber nicht jetzt... Äh, Susi Ah, guck mal Da, schau mal Wow Ja, gut Die nachfolgenden Sendungen verzögern sich Auf unbestimmte Zeit Ist aber ein bisschen spooky Ist ein bisschen sehr spooky Ich sage, ich brauche danach eine Tera B Nee, die eine Hälfte ist gerettet Was ist das da? Was ist das da hinten? Diese Uhr Ist das Wetter? Nee, was ist das? Ähm Okay, ja, süßes Wetter Gut Muss ich mir das gleiche machen? Das ist eigentlich eine Mischung aus Fledermaus und Thuyen und so? Okay, wir müssen einfach... Ich habe einen Ich habe ihn nicht mehr Oh, der da hat den, oder? Der so einen Schweif hat Ich habe ihn Au, ich habe ihn nicht mehr Oh, das ist ja wie dieses komische Schwanzspiel bei Fall Guys Ich habe einen Ja, pass auf Der ist drin Brauchen wir noch deinen Ja, den habe ich, aber... Wo bist du? Wo bist du? Unten Da ist gerade nicht ruhig Au Mann Oh, ich habe ihn Oh, das ging schnell Wobei das andere wäre vielleicht auch schneller gegangen Ja, wenn wir den Schlüssel nicht am Fußboden besucht hätten Wer weiß, wie oft man den schon gesehen hat, weißt du? Und wir so... Ja Der muss hier unten irgendwo sein Und alle vorm Fernseher Ja, da, da, da Okay 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 Okay, ich denke, das sind alle Jetzt gehen wir zurück auf die Szene Ist da hinten noch irgendwas? Ja Wow Das ist ziemlich beeindruckend, oder? Ich habe nie mit einem Gruppe so groß wie das vorher Oh? Don't worry, it'll be fine No, 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 no It will not be fine It will be Fantastico Ja Ja Oh Oh Lovely Good job We're almost ready Hey The only thing missing Is The audience Oh, no, 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 no Not an audience Hiya Do you want the last therapy or not? Hey, that's blackmail No It's therapy Now go and get an audience You got it, book Hiya So, are you two a team now? Yes, we are as a matter of fact Now, let's get that audience Oh Oh Na dann Doos Oh, I remember this one It was a hit Oh, I remember this one The VIP club Hey Hey Hey, buddy Over here What's up? Can you let us in? Sorry, kids No minors Kids? No No, 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 no We're just, uh We're just small in size That's all Yeah, right Get out of here, kiddos Excuse me We are adults You have some ID? Oh Uh, no We left it at home Haha That's what they all say Yo, yo Glowstick They're with me Dr. Akeem My bro They're with you Yeah, yeah, yeah They're my clients Come on Sorry about that Welcome to the club Enjoy team Jetzt geht's ab, ja VIP's coming through Not so cocky anymore, are you? Huh? 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 Let's dance Oh Oh, wow Das ist ja wie beim Kaleidoskop Nur schöner Bunter Oh, Rutschpartie Woah, this is surreal Geh rechts rum Mit Gelenks Surreal, but fun Hey, you know This place reminds me of something else Oh, yeah He does Hi Oh, oh Fuck gruselig Ah, noch schneller Dr. Akeem hat mich wieder abgesetzt Das sah voll creepy aus guys Krall Wah Oh Wohooo Oh Chaijin Yeah Huh? So komme ich hier nicht... Nein! Ah! Ich habe mich überrascht. Ich habe mich überrascht. Das ist cool. Nein! Hey! Das ist gemein! Ich komme hier nicht hoch. Geht das... Müssen wir das so machen, oder...? Ja, ich glaube, wir müssen uns teilweise an der Rückwand festhalten. Oi! Oh, wir müssen einfach warten, bis es dran ist. Ja, warte. Das ist so eine Gewohnheit, dass man... Schnell springen. Ich schaffe es. Ich bin auch irgendwann da. Ja! Ah! Ah! Oh, ich brauche dich zuerst dort hinten. Ich kann mich dort sonst nicht aufhalten. Aha, von wegen mit Vorrennen und so. Haha! Du musst dort hinten direkt aufmachen dann. Okay. Äh... Puh! 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 Scheiße! Ich komme nicht rein! Puh! Okay! He! Hä? Musst du die Diskokugel drehen? Ich. Ich. Oh, warte! Puh! Warte! Warte! Ich. Du willst nicht, du? Die Musik ist so hoher. Oh, was, 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 was? Jetzt habe ich auf dich geguckt. Au. Ja, das passiert mir auch manchmal. Oh, meine, langsam ist aber gut hier. Ja, mir wird auch ein bisschen schwindelig gerade. Oh, danke. Okay. Guck auf die Zeit. Oh. Ja. Es ist mega cool. Das machen wir dann in der nächsten Folge weiter. Oh, da oben. Oh, das wird cool. Gut. YouTube, wir bedanken uns. Ja. Wir kommen erst mal runter. Wir erholen uns von diesem epileptischen Schock. Oh, wirklich. Ich glaube, wir müssen Epilepsie-Warnung in die Folge schreiben. Aber wir sehen uns nächste Folge wieder. Danke fürs Zucken, YouTube. Ja. Ach gut. Tschüss. 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 Tschüss.